Aue! Er ist nicht der Herr der Ringe, aber der des Balles. Der Erzgebirge Holger Erler war der Supertechniker des DDR-Fußballs. Es waren Boxer, Fußballer, Leichtathleten, hübsche Basketballerinnen, die mich bis heute jung gehalten haben. Man wird mich erleben, wie ich immer war. Schleifbar, streitbar, aktiv, sachlich, kritisch, schnell in die Ecken. Und vor allem optimistisch.